Der FC Red Bull Salzburg hat am Freitagvormittag die Vertragsverlängerung mit Innenverteidiger Marien Progressig bekannt gegeben. Der Kroate bleibt bis 2022 bei den Roten Bullen, der ursprüngliche Vertrag hatte eine um ein Jahr kürzere Laufzeit. Der 20-Jährige wechselte im Sommer 2017 um eine kolportierte Ablösesumme von einer Million Euro von 1860 München zu den Mozartstädtern. In seiner Jugend war der zweifache U21-Nationalspieler beim FC Bayern und in Ingolstadt engagiert. Spätestens nach dem Abgang von Lanzmann-Duriel Kaletakar ist Kongressig aus der Innenverteidigung der Salzburger nicht mehr wegzudenken. Im Playoff-Hinspiel zur UEFA Champions League war er einer der besten Akteure auf dem Platz. Bislang kam er für Salzburg 31-mal zum Einsatz. In der aktuellen Spielzeit verpasste er keine einzige Einsatzminute. Marine Progressig bei Red Bull Salzburg Man lernt aus seinen Fehlern. Marine ist ein Spieler mit großem Potenzial, der seine Stärken von Spiel zu Spiel besser einsetzt, sagte Sportdirektor Christoph Freund. Wir sind überzeugt, dass er eher noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung steht, und wir werden gemeinsam mit Marine weiterhin daran arbeiten, dass er seine außergewöhnlichen Fähigkeiten konstant und nachhaltig auf den Platz bringen kann. Im vergangenen Jahr war Kongressig hinter Kaletakar und André Ramalho gleichauf mit Jérôme Ongüne, den derzeit Rückenprobleme quälen, noch reservist. Die neue Chance hat er genutzt, nachdem ihm davor auch nachgesagt worden war, nicht immer nur Fußball im Kopf gehabt zu haben. Ich habe enorm hart an mir gearbeitet. Man lernt aus seinen Fehlern, betonte Kongressig. Früher sei sein Vorbild Zlatan Ibrahimovic gewesen, nun nannte er den französischen Starrverteidiger Rafael Varane von Real Madrid. Kongressig ist bereits kroatischer U21-Nationalspieler. Mein großes Ziel ist es einmal in der A-Nationalmannschaft zu spielen, sagte der Youngster. Wie sein Vorgänger Kaletakar, der mit Kroatien im Juli in Russland Wiese Weltmeister geworden war. FC Red Bull Salzburg, Marine Kongressig, Leistungsdaten, Saisonspiele, Einsatzminuten 2018, 1.987.200.2017.18.231.6.642.016.17.242.001. Werbung Werbung Werbung